Nächster Halt, Baunatal-Rengershausen. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie beim Ausstieg den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächster Halt Kassel-Oberts-Währen. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie beim Ausstieg den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächster Halt, Kassel-Wilhelmshöhe. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie beim Ausstieg den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie beim Ausstieg die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nächster Halt, Kassel-Wilhelmshöhe Nächster Halt, Kassel-Wilhelmshöhe Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Nächster Halt, Kassel Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Nächster Halt, Kassel Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Nächster Halt, Kassel Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt, Kassel Hauptbahnhof. Untertitelung des ZDF für funk, 2017.